So, 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 YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker & Resources. Ja, wir sind wieder in unserer Stadt und die Palmen wachsen und alles läuft. Und unsere erste Amtshandlung ist heute den einen guten Wagen, der hier... Achso, der ist ja hier nur mit verbunden, der hier die Sachen holt, auf eine andere Route zu packen, nicht wahr? Ja, und hallo, Gamer Paddy. Laderampe, da wollen wir nämlich nicht mehr zum Zollhaus, sondern wir fahren hier hin, sagen, beladen uns mit 100% davon, Zollhaus weg und okay. Schön. So, nach dem Laden, gestern konnten wir hier die Palmen nicht mehr setzen, können wir hoffentlich die Palmen setzen. Wir gucken mal, ob das klappt. Jawoll. Das ist halt auch noch so ein kleiner Bug, der manchmal auftritt. Und in welchem Abstand machen wir die jetzt? Ein, zwei Palme. Ein, zwei Palme. Ein, zwei Palme. Ein, zwei Palme. Ja, irgendwie so, nicht? Also, machen wir Palme da. Palme da. Palme hier. Palme da. Palme dort. Das könnte klappen. Können Palme hier hin? Ne, leider nicht. Und da auch nicht. Okay, das gleiche müssen wir hier machen. Ähm. Palme wahrscheinlich da so. Palme wahrscheinlich hier so. Palme da so. Palme da so. Und Palme da so. Okay, dann können die nämlich wachsen und dann sieht die Innenstadt ein bisschen besser aus. Oh, ich habe ein bisschen Zug bekommen, weil ich hier immer den Ventilator laufen habe. Also, falls mein Auge tränt, wundert euch nicht. Nichts Schlimmes, außer, ja, versucht nicht zu ersticken. Denn aktuell sind irgendwie einiges an Grat hier draußen. Weiß ich gar nicht genau, wie viel. Ich habe lieber nicht geguckt. So. Dann ist die komplette Innenstadt voller Palmen. Hier wäre halt auch noch eine Palme cool. Wenn wir eine irgendwo hinkriegen. Ah, da. Ach, da ist ein Weg. Äh. Ja, klar. Dann geht da ja keiner hin. Da ist eine. Die haben wir. Wunderschön. Die anderen können wachsen, wachsen, wachsen. Ja, den Rasen, da kriegen wir leider nicht weg. Der ist leider da. Dann müssen wir leider durch. Okay. Die Polizei hat relativ viele Polizeibeamte. Ähm. Ungeprüfte Strafsachen. Ich würde sagen, dann kaufen wir noch zwei Polizeiautos dazu. Ähm. Dann können die noch mehr ausrücken. Ich meine, wir können hier auch noch mehr Beamte reingeben. Nur mehr Autos geht nicht. Ich meine, das ist jetzt... Ich wollte eigentlich einen sauberen Monat nicht. Jetzt habe ich 1200 ausgegeben. Aber wir können hier mal gucken, was wir letzten Monat an Unkosten hatten. An Importen. Den Stoff. Den Stoff. Okay. Stoff, Treibstoff, Essen, Fleisch, Alkohol, Strom. Das heißt, wenn wir theoretisch die Nahrung rausnehmen, dann haben wir nur noch Treibstoff. Und gut, den Stoff. Aber, ja gut. Aber eigentlich, alle Ressourcen, die wir gerade importieren, basieren bis auf Treibstoff, auf Nahrung. Alle vier. Stoff kriege ich aus Dingsen, Alkohol kriege ich aus Dingsen, Fleisch und Essen kriege ich aus Dingsen. Hm. Und eine 7er Zuschauerserie von Gamer Benny. Genau. Aktuell stand, ich kaufe den Stoff für die Kleidung ein. Ähm. Und habe das Lager ja voll. Dann fährt er los. Wenn er seinen Stoff losgeworden ist. Das ist hoffentlich lang genug, dass hier ein bisschen Kleidung drin ist, die er dann zur Grenze fährt. Das ist so aktuell mein Vorgehen. Und bisher klappt das super. Weil ich will halt nicht, dass die permanent hin und her fahren müssen. Ähm. Und hier wird halt auch selten was produziert. Also die Produktionsrate, gerade mit 19, 20 Arbeitern, ist halt auch sehr, sehr gering. Da kommt der andere. Der hat 6 Tonnen. Und jetzt geht das hier langsam runter. Wenn der dann auf 0 ist, dann fährt der hier hin, holt die 1 Tonne Kleidung ab. Dann fährt er zur Grenze. Das pendelt sich auf jeden Fall ganz gut ein, denke ich. Aber wir sind nahezu auf Plus, Minus, Null. Wenn wir mehr Arbeiter kriegen, gehen wir sogar in den positiven Bereich. So. Nach und nach kriegen wir durchaus auch mehr Arbeiter. Wir haben auch keine unzufriedenen. Nur keine geprüften Strafsachen und Arbeitslose. Ähm. Das bedeutet, eventuell fahren hier einfach nicht genug Busse hin. Dass die Frequenz zu gering ist bei 2 Bussen. Durchaus möglich. Und da haben wir die großen KSML-Busse. Dann würde ich da noch einen erstmal auf die Route mitpacken. Na, ist wohl so. Denke ich auch. Aber. Die Überlegung ist natürlich, wenn wir jetzt alles, was wir brauchen, aus Korn herstellen. Dass wir die Kornindustrie mit den 2 Millionen aufbauen. Ähm. Dann wären wir ja eigentlich fein raus. Andererseits braucht auch die Fabrik sehr, sehr viel Einwohner. Beziehungsweise sehr viel Arbeitskräfte. Nicht wahr? Also die braucht 150, glaube ich. Wir können ja nachgucken. Und auch das... Dings braucht 150. So Nahrungsmittelfabrik braucht 170 Arbeiter. Die, die ich runtergeladen habe, sogar 184. Und Alkohol braucht 100. Das heißt 284 Arbeitskräfte brauchen wir alleine. Das heißt, das sind zwei volle Gebäude, die nur dafür arbeiten. Und wir kriegen ja gerade so die Stadt damit versorgt. Äh, aktuell. Hier wollte ich auch noch ein Gebäude hinsetzen. Nicht wahr? Würde der denn an alles rankommen? Weiß ich nicht. Und was ich jetzt auch aufpassen muss, wenn ich hier Wege zum Beispiel mache, dann werden Arbeiter lokal geholt von den Baubüros. Also da, dass ich mir da das nicht versaue. Aber trotzdem würde ich das gerne hinbekommen, dass wir das hier vielleicht mal sauber haben. Oh, der Eingang funktioniert nicht. Ich dachte, den, den konnte ich hier ran machen. Aber okay. Achso, da war der Eingang. Alles, alles gut. Alles gut. So, es war viel. Aber es muss sein. Wir haben ja Vorrat an, an Wasser. Das passt schon. War das die einzige kritische Infrastruktur, die gerade Probleme machen könnte? Kies haben wir mehr als genug. Transporter für Kies haben wir mehr als genug. Und jetzt, wenn wir unsere Arbeitskräfte von hier einsetzen, haben wir da hoffentlich auch mehr als genug. Ah, komm. Dreh in einem Weg kann ich jetzt auch noch mitnehmen. Haben wir denn alle? Ne, die hier noch nicht. Die sind nicht so wichtig, die Wege. Aber wenn ich hier im Wohnhaus hinwachen will, wäre es wichtig. Neue Fahrzeugtypen, verfügbar aber aus dem Westen. Ah ja. Aber zwei Häuser ist doch nichts, das du dann rausbekommst. Naja, aber du darfst ja nicht vergessen, für zwei Häuser brauche ich auch wieder einen Kindergarten. Der hier ist echt am Limit. Da muss ich mehr Arbeitskräfte reingeben. Das heißt, 17 Arbeitskräfte dafür. Dann brauchen wir mindestens ein kleines Einkaufszentrum. Nochmal 15 Arbeitskräfte. Das heißt, schon mal 30 aus dem einen Haus weg. Das heißt, du brauchst schon ein drittes Haus. So. Dann kommen die ganzen anderen Sachen dazu. Das heißt, du brauchst drei Häuser, plus die ganzen Gebäude nochmal wieder, um das allein zum Laufen zu bringen. Und wir haben nur noch zwei Millionen, nicht? Also, wir können auch nicht prassen ohne Ende. Aber vielleicht, wenn wir die Stoffproduktion erstmal rausnehmen, sollte es ja reichen. Also, wir müssen ja nicht mal das machen. Aber auch die Stoffproduktion, da waren wie viele Arbeiter drin? 15, glaube ich. Das ging sogar. 100? Scheiße. Aber wenn wir allein eine Stofffabrik machen, die wir mit Korn beliefern, könnte das schon einen positiven Effekt haben. Aber viel wichtiger, guckt mal aufs Jahr, viel wichtiger als irgendwelche Fabriken gerade, als irgendwas anderes, ist ein ganz wichtiges Gebäude, und zwar die Werkstatt. Ohne die können wir eigentlich gleich dicht machen. So, da hier schon ein Dings ist, eigentlich können wir die wunderbar hier hinsetzen. Hier ist eine Tankstelle. Hier ist ein Arbeitsdings. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Hm. Wichtig, wichtig. Oh ja. So, dann würde ich spiegeln. Damit wir mehr Ausgänge zur Seite haben. Okay, wir können hier mal planen. Also. So, dann sind nämlich die Fußgängerwege gegenüber. Dann wäre die da. Eigentlich brauchen wir gar kein Lager. Wir können das wieder so machen, dass wir das in den LKW lagern nicht. So viel brauchten die gar nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Vierer, ähm, Bus, äh, Laderampen. Weil wir brauchen, äh, glaube ich, sieben. Sieben Ressourcen waren da drin. Das heißt, entweder eine Achter, das heißt eine Sechser und eine Zweier. Oder zwei Vierer. Und ich glaube, die zwei Vierer sind effizienter. Die Zweier sind sechzehn, das sind achtzehn, äh, aber die, hm, hm, hm. Doch, machen wir eine Zwei- und eine Vierer hin. Zweimal Vierer? Also, vom, vom Stahl her wäre das hier achtzehn, neunzehn und das wären sechzehn, neun. Kies ist egal inzwischen. Das sind 45 Tonnen Beton. Das wären 40, das wären 52. Zehn Tonnen Asphalt zu zehn Tonnen Asphalt. Okay, Asphalt bleibt gleich. Ähm, aber Beton und Stahl wären mehr. Beton war nicht teuer. Hallo, Lightrow. Willkommen, willkommen. Stahl ist wichtig, ja, Stahl ist wichtig. Aber ich finde die Idee eine Zweier. Wir können das so machen, dass die eine hier hinkommt. Ähm, und zwar so, dass wir da später... Die macht jetzt Stahl, dann können wir hier noch ein Stahllager zum Beispiel anbringen. Irgendwann. Könnten die auch hier hin machen und dann nach hinten. Ja, so vielleicht und dann können das Stahllager bei der Seite nach hinten gehen. Und dann machen wir die Vierer für die anderen Sachen. Oder waren das... Wir gucken nochmal, was brauchen die? Kunststoff, Elektronik, Stoff, Mechanik, Elektronik. Sind sogar fünf. Stahl und Aluminium. Das heißt Stahl und Aluminium und dann bräuchte ich eine Fünfer. Das heißt, ich muss eine Sechser bauen. Ja, Sechser und Zweier oder zwei Vierer. Genau. Eben noch gesagt, direkt vergessen. Verfolgst du die Tretboot-Tour? Nur Semi. Also tagsüber gucke ich zu bei Ronny Berger. Oder Knirps, je nachdem. Aber jetzt so nicht 100% jede Sekunde. Oft ja zwar in den Meetings oder in anderen Sachen. So, und dann kann ich hier hinten nämlich später die Lager anfügen. Zum Beispiel, was brauchen wir da für ein Lager? Ich glaube hier so ein Freilager oder so, nicht? Dann könnten wir die hier zum Beispiel so dazwischen hängen, wenn wir lustig wären. Zack. Irgendwie so. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und hier ein normales Lager. Da könnten wir so ein zum Beispiel dazwischen hängen. So. Das. Also ich glaube, das kriegt man hin. Wenn man es wirklich erweitern will. Aber so schon gut. Plan ihn mal, aber lass die noch nicht bauen. Ah, ich würde es auch nicht planen. Ich lasse einfach nur nicht bauen. Das ist, glaube ich, schon gut genug, die Überlegung da zu haben. Ja, was hier ist. Machen wir so. Wollen wir noch das nach da? Na, aber ist egal. Da fahren ja eh nicht so viele, nicht? Die fahren einmal hier hin und dann müssen die Autos repariert werden. Kriegt jetzt eine hohe Priorität von mir. Gut. Es wird auch sonst nichts gebaut. Ach doch, die Wege. So, jetzt könnte sein, dass hier zu vier Arbeiter von den Baustellen abgegriffen werden. Und das Wasser dann runter geht. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Die Verbrecher sind mir sogar egal, wenn hier nicht genug Leute drin sind. Ob die drei abhauen oder nicht. Das ist ein anderes Thema, nicht wahr? Damit man es nicht vergisst, am besten vorplanen. Ne, das vergesse ich schon nicht. Aber was ich vergessen habe, die haben keine Mülltonnen. Das könnten wir bauen. Könnten wir hier noch so einen Müllplatz vorsehen. Dann werden die drei auch versorgt. Strom und Abwasser müssten eigentlich auch hierfür passen. Beim Frischwasser doch reicht. Abwasser reicht. Und Strom müsste auch reichen. Ja, sehr gut. Ein kleines Problem mit dem Strom hätten wir. Der hier. Ah, der hat nur noch 53. Okay, der hat sich nach dem Laden auch neu berechnet. Das ist natürlich gut. Der war nämlich erstmal überlastet. Und der hier hat nur noch 39. Auch sehr gut. Wo ist denn der nächste? Hier ist der nächste. Der hat 63. Okay, es hat sich besser verteilt inzwischen. Und irgendwo hatte ich noch einen ganz kleinen. Ich weiß noch nicht wo. 1, 2, 3, 4. Achso, hier hatte ich noch einen. Ne, das waren sie. Ich dachte... Ach, das war der kleine hier. Ja, okay. Alle so 50 bis 60 Prozent. Das ist vollkommen legitim. Ist das auch neu? Was ist neu? Okay, aber hier sind genug drin. Dass die sich besser verteilen mit dem Strom? Ne, ich glaube das passiert nach jedem Neuladen einfach. Genau wie ich die Palmen hier nicht setzen konnte vorm Neuladen. Aber jetzt konnte ich sie setzen. Also, da hat das Spiel, glaube ich, intern ein paar Probleme manchmal. Dass es den Status nicht zurücksetzt vom Boden oder so. Und deswegen kann man nichts bauen. Oder der Strom, wenn er einmal gesetzt ist, ist erstmal fix. Und beim Laden wird das neu berechnet. Oh, der, der Turm ist auch fertig. Regierungsloyalität 2 Prozent überall. Das ist nicht schlecht. Wir haben eine 90-prozentige Gesundheit und eine 99-prozentige Zufriedenheit. Das einzige 254 Mal Kriminalität. Das kann ich eigentlich nicht glauben bei der Polizei, die wir haben. Wir gucken mal. Wahrscheinlich ist es noch vom Anfang des Jahres. Aber wir haben uns noch gar nicht die Overlays angeguckt. Such dir mal. Ressourcen. Hier, Overlays. Ich bin müde, ich schlafe fast ein. Bei der Hitze nicht verwunderlich, nicht wahr? Also, das auf jeden Fall. Zeiten, wo man, wenn man liegt, auch ganz schnell weg ist. Und das ist zu warm heute. Ja. Beides kommt zusammen. Oder es mit den Rohren. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also, wir stehen hier mal auf drei Kilometer. Wir gucken mit der Essensversorgung. Wir sehen, die beiden haben Essen. Und eigentlich sieht die Versorgung gut aus. Warum ist das grün? Keine Ahnung. So. Fleisch gleiche. Alle versorgt. Kleidung. Warum auch immer die semi gut versorgt sind. Und das genauso. Alkohol. Stimmt, hier hinten fehlt hier die Kneipe. Das ist eine. Wir haben ja nur die Kneipe. Aber die reicht anscheinend. Weil alle die noch erreichen. Und von daher alles gut. Theater. Haben wir. Oh, wir haben ja sogar das nicht. Ein Kulturzentrum. Und das Kino. Auch alle zufrieden. Sehr gut. Die hier ein bisschen besser. Nicht, weil die das noch abkriegen. Die beiden kriegen das nicht ab. Also anscheinend müssen die so im Einzugsgebiet von zwei bis drei Gebäuden sein. Damit das wirklich gut ist. Also hier zwei. Sieht man das ganz gut. Bei denen hier zum Beispiel reicht eins anscheinend nicht aus. Genau wie bei Kultur zwei auch besser wären. Und Alkohol vermutlich auch. Mhm, 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 mhm. Kirche haben wir zwei. Das ist zufrieden und ausreichend. Krankenhaus haben wir das große. Das sollte auch ausreichend sein erstmal. Schon ein bisschen doof ist es ja, dass alles mit den Entfernungen geht. Und, naja, in echt ist es aber auch so. Du willst ja auch nicht durch die halbe Stadt fahren, um dann was zum Essen zu kaufen. Kann das schon verstehen. Also das ist auf jeden Fall realistisch. Dass wenn du nach der Arbeit erstmal in den Bus steigen musst, um dann zum Einkaufen zu fahren. Dass du dann sagst, na dann geh ich lieber nicht einkaufen, dann hunger ich lieber. Und dann bist du aber angepisst, weil du keine gute Versorgung hast. So, Strom haben alle. Wasser haben alle. Abwasser haben alle. Müllversorgung haben alle. Nein, er nicht. Du bist nicht am Müllplatz dran. Achso, ja, weil das hier gerade gebaut wird. Gut. Dann kann er da auch nicht am Müllplatz dran sein. Verstehe ich. Ist okay. Aber normalerweise sind alle mit Müll versorgt. Die kriegen ihren Müllplatz. Dann sind sie auch versorgt. Und da bleiben die ersten Fahrzeuge liegen. Oh oh. Oh oh. Und dann auch noch wichtige Fahrzeuge. Die fahren dann noch manchmal weiter. Abnutzung 98%. Wenn man das mit den Bussen inbekommt, wäre das ja auch anders und man hätte eine Variabilität. Naja, ist ja so. Also durchaus fahren die da hin. Aber du darfst halt nicht vergessen. Der Tag geht hier in dem Spiel nicht 24 Stunden. Die haben glaube ich eine 8 Stunden Arbeiterschicht und eine 16 Stunden Freizeitschicht. In der 16 Stunden Freizeitschicht sind aber schon 4 Stunden Fahrzeit zum Arbeitsplatz mit eingerechnet. Insgesamt sogar 5. Das heißt, wenn die einen langen Arbeitsweg haben, das wird nämlich nicht mehr auf die Arbeitszeit angerechnet wie früher. Früher wurde das auf die Arbeitszeit angerechnet. Deswegen haben die manchmal nur 3 Stunden gearbeitet dann da. Weil der Weg dahin 5 Stunden gedauert hat. 5 Stunden aber auch nur, wenn sie einen Umstieg haben. Dann kriegen sie eine extra Stunde für die Wartezeit eventuell. Ansonsten müssen sie in 4 Stunden transportiert werden. Also im besten Fall haben sie allein mit der Arbeit 13 Stunden zu tun. Und dann haben sie 16 Stunden Freizeit. Und dann müssen sie wieder 4 Stunden mit dem Bus eventuell irgendwo hin und her gucken, um 2, 3 Objekte zu erreichen. Und das ist halt immer so, 4 Stunden, also zum Bus, hinfahren, einkaufen, zurück. Da springen sie aber. Dann wieder hinlaufen, irgendwo hinfahren, zurück. Die müssen 6 Gebäude erreichen. Wenn die alle zu weit weg sind, schaffen die das nicht. Das heißt, ein bisschen Variabilität kannst du drin haben, dass du sagst, naja, das eine Gebäude kann zum Beispiel weiter weg sein. Dann ist es okay. Aber wir haben hier gesehen, es führt eher zu Problemen und Unzufriedenheit. Wenn du mit der Unzufriedenheit leben kannst, dann ist es nicht problematisch. Ich finde das nun nicht gut. Von daher lasse ich das lieber. Guck mal, alles da sogar. Hier fehlen noch Ressourcen. Hier ist zumindest der Stahl da. Gehen natürlich jetzt auch nochmal aufs Geld, aber das brauchen wir unbedingt. Und nochmal im Moment sagt, heute war bei mir um 15.30 Uhr Schluss. Bin auf dem Rückweg nach Hause noch einer Baustelle, Feuerwehr angehalten. Habe noch eine Tür repariert. Ende von Miet, Rückgabe vom Schlüssel des Gebäudes. War beim Bürgermeister ein Dorf weiter. Kaum war ich da, saß ich schon am Tisch. Und wir hatten mit seiner Frau, einer Architekten, dem Fotografen, dem Bürgermeister zwei Bier getrunken. Nur zwei. Aller guten Dinge sind doch drei. Gibt es kein Homeoffice im Spiel? Guck mal aufs Datum. Es gibt nicht mehr Internet. Wir haben 1966 gerade mal. Aber Netzwerkkommunikation kann durchaus erforscht werden, bin ich der Meinung. Schau schon mal nach fast kaputten Fahrzeugen. Ja, die fahren automatisch direkt hier rein dann. Das erübrigt sich dann von alleine. Was wir aber machen müssen... Ah, okay. Die Linie passt. Die transportiert 100%. Aber was passt nicht? Wir haben extra einen Bus gekauft und dann haben wir nicht auf die Linie eingesetzt. Aber die Wege gingen eigentlich ganz gut. Gut, ich habe jetzt gesagt, das andere hat Priorität, nicht? Deswegen bauen sie hier eher langsamer. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Die meisten Wege haben die ja sogar noch fertig gebuttert bekommen. Das ist gut. Weil die ja auch lokal hinlaufen. Also wenn hier zum Beispiel... Arbeiter neben dem Dings... Könnte ich ja sagen... Also 50 sind erlaubt. Warum? Ist das wieder... Ich habe doch 5 angeklickt. Okay, beim Upgrade zählt das nicht. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn wir Wege upgraden... Nimmt er sich die Zahl irgendwo anders her. Aber sobald jetzt hier Ressourcen drin wären, würden Arbeiter hinkommen. Zum Beispiel wie hier. Die zum Beispiel von da aus dem Gebäude laufen. Okay, die wollten zum Sport. Aber du... Nein, du willst auch zum Sport. Wer will hier arbeiten... Okay, hier macht es der Bagger. Der arme Baggerfahrer. Seit 3 Jahren da gefangen. Und jetzt finde ich es zum Beispiel dumm... Das Ding fährt jetzt zurück... Und muss dann hier wieder hintransportiert werden. Warum kann der nicht hier rüber fahren? Das ist typisch deutsch. Und jetzt kommt von woanders ein Bagger. Wow. Ja, aber der andere hätte ja hier hinfahren können. Das hätte halt schon total Geld gespart. Jetzt mussten 3 Fahrzeuge... einen unnötigen Weg fahren dafür. Naja. Also hier richtig der Hollywood-Stribe. Oh oh. Habe ich hier Büsche gebaut? Habe ich hier keine Palmen gebaut? Palmenstrauch! Oh nein! Okay. Scheiße. Ja. Ähm. Bedeutet, wir müssen morgen nochmal neu setzen. Oh shit, wo habe ich denn die noch gesetzt? Hier habe ich Palmen gesetzt. Hä? Hier habe ich noch Palmensträucher gesetzt. Oh oh. Das wird blöd. Aber warum sind denn hier Palmen? Ich habe das doch nicht während des Setzens gewechselt. Okay. Shit. Das ist ja bescheuert. Ja, jetzt kann ich die... Ah ne. Ja, super. Jetzt habe ich das Problem. in die Ferne. Jetzt muss ich nämlich neu laden dann, damit ich das hier wieder setzen darf. Nicht wahr? Hä? Aber warum... ...wann manche davon ein Palmenstrauch? Das hier sind doch auch Palmen. Hat der Random irgendwie was genommen? Weil ich nichts angeklickt hatte vorher? Oder sind das auch Palmensträucher, die einfach nur hochgewachsen sind? Ne, das sind doch Palmen, oder? Ich weiß, dass man das nicht herausfilmen kann. Die Hirn sind auch Palmen. Also da ich die in einer Reihe gesetzt habe, würde es mich wundern, wenn ich nicht das gleiche Ding da unten angeklickt habe. Hm. Na gut. Müssen wir beim nächsten Mal bereinigen. Das war auf jeden Fall komisch. Äh... So. Ist der Weg fertig? Genau. Dann kommen die nämlich auch wieder in den Müll ran. Sehr gut. Was ist da hinten? Oh! Auch fertig. Super. Und die brauchen Fahrzeuge. Beim letzten Mal habe ich andere Fahrzeuge genommen. Ähm... Und zwar mit einer höheren Kapazität. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Ich fand die kleinen, weil die so günstig sind, eigentlich schon ganz gut. Die könnten theoretisch auch schneller fahren. Nehmen wir mal den hier. So. Und dann brauchen wir zwei offene Ladetrucks. Und... Oh, da gibt es so viele inzwischen. Können wir nach Wert sortieren. Der hier ist doch nicht so teuer. Sieben Tonnen. Kann nur 62 fahren. Aber das ist okay. Dann machen wir den vielleicht so... Ne, nicht grün. Gibt es den in grau? So. Kommen wir von denen zwei. Die liefern hier hinten jetzt Aluminium hin. Ah! Straßenladestation auch fertig. Sehr gut. Und... Menge begrenzen. Finde ich gut. Ich will ja eigentlich nicht 20 Tonnen da drin haben. Nicht wahr? Ich will ja eigentlich einmalig ihn fahren lassen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Okay. Belade dich. Weil es geht halt ins Geld. Und... Der soll da sein. Entlade dich mit Stahl. Beladen mit Stahl. So. Entladen mit Stahl. Der eine. Und der andere. Beladen mit Aluminium. Entladen mit Aluminium. So. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, ohne Distributionsbüro das anders anzugehen. Von daher machen wir es so. Und dann brauchen wir abgedeckte Ladeflächen. Der würde ich fast... Ihn oder... Ne, ihn hier nicht. Er ist günstiger. Er wäre noch günstiger. 5,6. 7,2. 5,6. Nehmen wir den hier, oder? Oh. Aber es ging doch jetzt schon schnell und war gar nicht so teuer. Hatte uns gerade mal 100.000 gekostet. Wir müssen nur gucken, dass wir die Anzahl der Arbeiter hier drin... Vielleicht so auf 10 begrenzen. Da müssen ja nicht unendlich viele Arbeiter drin sein. So. Dann. Du belädst dich mit... Mechanischen Bauteilen und entlädst dich dort... Mit mechanischen Bauteilen warten bis leer. Dieses ist der erste Streich. Du belädst dich mit... Ich glaube Kunststoff. Und entlädst dich mit... Kunststoff und wartest bis leer. Das habe ich bei den beiden hier vergessen. So. Ist auch eingestellt. Was müssen wir noch kaufen? Ich vergesse es immer. Stoff holen wir aus dem Lager. Das haben wir, ich glaube... Die Elektronik, ne? Das. Entlädten. Warten bis leer. So. Und hier können wir auch nochmal die Werte eingeben. Also wir wollen hiervon 10 maximal. Machen wir mal 8. Hiervon wollen wir nur 5. Und davon wollen wir nur 5. Dann haben wir hier 18. Und davon wollen wir 15. Ja, vielleicht so als... Als Richtwert. Wir haben Elektronik, mechanische Bauteile, Kunststoff. Das heißt, es fehlt noch Elektronik und Stoff einmal. Das reicht auch völlig. Vom Lagerplatz her. R5, solange die noch nichts zu tun haben. Welche 5? Ich bin manchmal 30 Sekunden vor euch. Und weiß dann nicht mehr, was passiert ist. Elektronik. Oder ich habe es einfach sofort vergessen, nicht wahr? Ihr kennt mich doch. Elektronik. Und du holst jetzt hier Spladenstoff. Und dort Entladenstoff. Warten bis leer. Und starten. Und du auch. Starten. So. Dann bräuchten wir hier eigentlich jemanden, der Öl noch hinliefert. An sich müsste das der machen hier. Ich meine, der hat eh überall noch 3,6 Tonnen. Und seine Route geht wie von da nach da. Dann könnte er auch hier noch reinfahren vorher, nicht direkt nach dem Zollhaus. Und sagen, wir entladen da ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann entlädt er genau die richtige Menge. Das sind sogar zwei Fahrzeuge. Da kann ich Linienabstand noch reinmachen. Und dann passt das doch wunderbar. Gehst du zur TwitchCon am Wochenende? Ne. Ich gehe auf nichts, wo so viele Menschen sind. Also, Feste draußen gehe ich halt noch hin. Aber wenn zu viele sind, gehe ich auch. Und das kostet ein Ticket und 400 Euro und Hotelzimmer und Reisen. Ich bin keiner, der verreist. Also, in den Zug kriegen mich keine zehn Pferde rein. Nur wenn ich absolut wegen meines Lebens dazu genötigt werde. Deswegen fahre ich auch nicht in Urlaub. Ich hasse es einfach. Das ist alles viel zu viel Stress. So einen Scheiß brauche ich nicht. Nur um da was zu machen? Nix. Messen halt. Hast du schon Sprit? Naja, kaufen wir. An der Grenze. Sprit kannst du ja nicht selber herstellen. Oder meintest du hierfür? Jajaja. Das haben wir ja gerade eingestellt. So. Da kommen nämlich schon die Busse rein. Sehr gut. Und die fahren auch direkt los und arbeiten. Es gibt so einen Mythos, dass wenn man irgendwie einen Haken hier rausmacht, dass es dann funktioniert. Habe ich nicht feststellen können, dass der Haken großartigen Einfluss hatte. Außer, dass die dann hier so Busse oder so nicht reparieren. Und die dann unterwegs repariert werden. Weiß nicht, ob das viel besser ist. Oder Reparatur erlauben wir länger unter dich. Das heißt, wenn die hier nichts zu tun haben, dann fahren die vielleicht raus. Aber okay. Wir haben es geschafft. Wir reparieren jetzt die Autos. Das heißt, da sind wir auch auf der sicheren Seite. Das war ein wichtiger Faktor. Ich finde das gar nicht schlecht hier hinten. Das gefällt mir richtig gut. Das ist schön abgelegen. Da stört es keinen. Es passt perfekt. Und das kann alles so bleiben. Und die LKW können hier schön drinstehen, bis sie dann wirklich mal gebraucht werden. Das einzige Aluminium und Stahl, das ich da so viel drin haben muss, ist halt Kacker. Das geht halt ein bisschen ins Geld, nicht? Das sind 100.000, die wir jetzt ausgeben mussten. So, aber hoffentlich. Immer noch nicht voll Kunststoff. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich hier vergessen? Warten bis leer? Nö. Der hat echt den gesamten Kunststoff reingeladen und der ist sofort weg gewesen. Alles klar. Na, dann ist es so. So, Müllplatz funktioniert auch. Äh, warum sind die nicht am Müllplatz dran? Das sind doch niemals mehr als 100 Meter hier rüber. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist... Das wäre komisch. Okay, bei der verstehe ich's, weil die wahrscheinlich keine Anbindung hier an diese Seite hat. Ähm, dann müssen wir das halt... Mal so hier regeln. Okay, jetzt haben die doch... Ja, dann haben sie auch einen Anschluss. Alles klar. Das ist doch viel sinnvoller. Da muss die Müllabfuhr nicht drei Gebäude anfahren. Ähm, die hier Müll erzeugen. Ach so. Ah, aber die erzeugen auch anderen Müll als die hier. Also, es ist egal. Die erzeugen Containermüll. Das heißt, hier müsste ich einen Containermüllplatz bauen noch. Äh, 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 äh. Bauen wir ihn halt. dann sind die beiden gebäude entlastet nicht für am wochen drei tage mit dem rad unterwegs mit übernachtung ist toll zum abschalten vom alltag und problemen zu hause na gut wenn man probleme zu hause hat dann vielleicht aber habe ich ja nicht von daher ich finde urlaub rumfahren ich bin froh wenn ich am abend dann wieder zu hause bin also auch nachts draußen sein ist so semi meins und dieser eine tag dabei bierbörse weil es richtig geil war aber das ist nichts was ich zum 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 standard machen möchte okay das geht hier auf jeden fall nur nach einem neuen laden schade naja wir hatten wir haben wir kann man sagen wir haben uns stets bemüht nicht wahr alles klar ist klar sind schon 40 minuten rum aber wir haben einiges geschafft in den 40 minuten außer die beiden busse zu reparieren obwohl zehn arbeitskräfte dran sind wo ist der bus geht doch reparieren warum fährt der bus nicht zum reparieren ist die frage also er springt immer von diesem bus weg wenn ich die kamera der hä ok ein bug entdeckt wenn ich ran zoome und die kamera jetzt jetzt geht's in welchem fall macht er das jetzt hat das okay irgendwie war da ein bug drin wir haben auch gar nicht so viel abnutzung ach die wir haben vor ort gerade repariert die müsste irgendwo der der reparateur stehen oder das sehe ich gar nicht normalerweise steht so ein auto hier ok aber die werte da gehen runter das ist auf jeden fall gut was ist hier muss repariert werden so kann ich sagen fahrzeug reparieren hier das geht halt nicht ich kann auch den ich sagen repariere fahrzeug nicht wahr aber im umkreis muss das mit drin sein ja ist es sogar also haben tun sie alles zum reparieren die haben arbeiter die haben wasser die haben dings die haben fahrzeuge zum ausrücken aber gut vielleicht müssen die erst viel nachholen gerade das kann durchaus sein dass da sehr viel rückstand ist ach so und was blöd ist shit mich hat das so schön geplant dass es einfach gerade wird nicht okay müllplatz geht vor also auch so noch mal um auf das thema urlaub zu kommen nicht ich finde mit dem spiel kann ich genauso gut in urlaub reisen allein indem wir zum beispiel uns hier hinten in dieser wunderschönen hütte die ja anscheinend unbewohnt ist ein quartieren nein hier wurden natürlich light row und guckt guck mal wie herrlich hier auf dem mond ins meer blickt nehmen die palmen auch nach hinten eine wunderschöne aussicht der beste haus am platz so wie man so schön sagt das reicht mir zum beispiel vollkommen und hier ist auch noch irgendwo ein verstecktes haus genau da oben da kann auch noch jemand wurden da kann ich nur leider nicht von gucken nur noch ein häftling fünf entflohen im letzten jahr einer wurde entlassen von sieben die wir mal hatten ein arbeiter ohne job ohne job ohne job ohne job ohne job ohne job ok es kann auch sein dass die busse hier noch nicht nur hoch hoch genug frequenz haben hoch genug da haben wir welche die 706 dann holen wir noch einen 706 auf jeden fall und einen davon mit hier vielleicht noch mehr busse lang fahren ihr kriegt den hier und du kriegst den hier 4 und 5 ne starten dann hatte ich noch gesagt eine sache wir brauchen noch eine kleine busseite stelle und zwar an dieser stelle hier ich glaube das ist eine gute taktik wenn ich die busseite stellen immer genau vor die straßen setzte dann mache ich nämlich keine kreuzung und dann kriegen die hier noch eine busseite stelle da das ist glaube ich ja irgendwie hier ist eine und hier ist gar keine wo die einwohner wohnen erst wieder da hier die haben auch keine direkte ich glaube das ist das problem die die bräuchten hier auch eine ähm die wir ansteuern hier kommen ja auch noch häuser hin gut aber erstmal wollten wir das haus hier hin bauen und das ist glaube ich für diese folge die letzte amtshandlung in dem wir gucken an was kommst du jetzt alles ran eigentlich an alles sogar hinten durch die verbesserten wege das ist doch schön so dann setzen wir es linksie und ja gut da kommt vielleicht ein zweites noch hin ich kann mich wieder entscheiden zwischen pest und cholera ähm dann nehmen wir lieber ich mache es ganz anders so und natürlich keine bürger kaufen denn wir haben glaube ich schon wieder 222 kinder ohne eigene wohnung und ich würde sagen das erledigen wir in der nächsten folge